Ich kann mich nicht rein erzählen. Lass mal angreifen. Das Buch war es hier? Da liegt so ein Buch rum. Was steht denn drin? Achtung, da ist ein Preis. 1 vor 1, geht gut. Kreise, wir können aber nichts sehen hier. Irgendeiner kann sich ab. Wir hätten vorher vielleicht unser ganzes... ...deine Handicode machen sollen. Ich mach das mal eben. Oh mein Gott. Das ist eine Frage, macht der schon? Der macht nur seine Giffen. Irgendwas hab ich gerade mit dem Buff gelesen. Der Geister zum violetten Buff. Scheiß hängen, die spawnen immer wieder. Okay, Hände geht. Ja, die Nerven. Die kommen immer wieder. Also irgendwie macht er auf jeden Fall diese grünen Pfützen, äh, diese Kreise auf dem Boden. Da ist so eine grüne Pfütze drin und die explodiert irgendwie. Ich hab mal versuchen, sonst stehen zu bleiben, aber vielleicht ein bisschen frech. Na, das ist auch einfach mal stehen. Kann man das Buch da irgendwie lesen? Mhm. Ich hoffe nicht. Die Laie. Boah, okay, man darf eben bleiben. Vielleicht glaubst du dich auch einfach nur nicht tun. Ja. Ich bewege mich kein einzig, aber doch hätte ich auch 3000 gekriegt. Ja. Wenn das nämlich so ist, wie wir Necro-Zeichen. Dann werden die nicht ausgedrückt und einfach nur steht. Ich will das nicht ausprobieren, er hat doch 15.000 gemacht. Das Problem ist halt, wenn sich einfach nur nicht bewegt. Ich benutze halt auch hier. Ja, stimmt. Gerade war einer euch. Ihr habt euch nicht bewegt, sonst ist nichts passiert irgendwie, ne? Ja. 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 Ja.